Anleaschen Prozent der Dauer Prozent 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 was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends bezogen jetzt und den Nasus Nasus Toplane Nasus ist ein Dude den habe ich den habe ich den habe ich wirklich zweimal gespielt zweimal habe ich den Költer bis jetzt gespielt und ich kann sagen dass ich nicht gerade gut bin mit dem aber ich wollte gerne nochmal ausprobieren wollte ich jetzt noch mal zum kurzen finde ist dass ich einen fucking Jace kriege das ist ja mal mega ätzend und lol alles klar der Bro geht direkt drauf ich wollte eigentlich da alles klar okay den Lasted habe ich auch schon direkt verkackt mit der Q ist GG okay den konnte ich dodgen jetzt müssen wir mal gucken ob wir hier ein bisschen Lasted hätten können ja ich komme wahrscheinlich nicht wirklich klar erst mal mit den Qs zu fahren ach ehrlich jetzt wow aber okay da wird sich denke ich mal jetzt gleich so in den nächsten zehn Minuten oder was wird sich das legen mein ärgerlich ist es trotzdem dadurch schon am Anfang viel viele Stats viele Stacks jetzt sausen lasse wird jetzt wahrscheinlich nicht gut sein aber der Jace vor dem habe ich halt auch mega Respekt wurde getötet alles klar will er mich? ne er kriegt mich nicht okay ich muss müsste eigentlich müsste ich ja schon zurückgehen naja ich kann vielleicht ich habe ja die ich habe warlords dabei ich glaube warlords heißt das Ding ähm die Mastery und ich habe halt noch ein bisschen Heilung oh wow sprich ich kann eigentlich wohl sogar noch bleiben vor allem er hat kein Mana mehr die Diana ist auch schon am Start ich habe kein Mana aber okay ich habe überlebt wuuu alter Bailey oh leul die Q wäre sogar noch rausgekommen heftig war schon ziemlich close aber scheißegal so die Q wird auf jeden Fall gemacht da wir darüber ja hauptsächlich unseren damage kriegen so den Stack musste ich jetzt noch mitnehmen jetzt hau ich ab und ich gehe auch shoppen äh die Q die kannst du dir sonst mal nicht mehr du scheißstück du so shoppen ähm da ich von aus ist halt gar keinen Plan hab äh hab ich auch null Ahnung was ich mir kaufen muss null Ahnung ähm also ich gehe mal davon aus dass der Dude halt auf AD geht sprich wäre der gefrorene Herz gar nicht mal so bad wegen der dicken Rüstung und ähm zusätzlich halt die Abklingzeit Mana und Angriffstempo wäre auch ganz mal so verkehrt wie dann werden wir uns halt mal so kaufen ich denke mal das ist gar nicht mal so verkehrt so äh da kann ich nichts mehr auffinden okay dann ab auf lane so den Lasted Clown ein Gegner wurde getötet na also ich finde das schwierige an Nasus immer am Anfang ähm die Cooldown von der Q im Kopf zu haben oder immer zu sehen welches Minion man bekommt und welches nicht finde ich persönlich gar nicht mal so einfach ich meine wahrscheinlich würde es einfach über die über die Zeit werden alles klar Bro der hat mir direkt wieder richtig Zucker gegeben hallo slow den doch Junge kriege ich da den? ja oder? jawoll boah Nasus alter die Wurden wie Wurden Maschine ah fuck falsche Minion geboxt ok 20 also ich finde das schon mal mega krass hier ähm für mich persönlich sind doch schon ziemlicher fight ist für mich weil äh ich die Champs die ich momentan also diese Woche diesen Freitag sag ich mal äh die Champs die ich gespielt hab die habe ich alle wirklich selten gespielt wirklich selten sagen wir bis auf Ari habe ich eigentlich fast jeden Champ die noch nie gespielt jawoll der Gang weil ich kann jetzt auf der top lane gerade eh nicht farmen ok da ist nix deswegen war das jetzt gar nicht mal so bad hier auf die mid lane zu rotieren wahrscheinlich werde ich den Tower ziemlich obwohl ne früh verlieren wollte ich sagen aber jetzt noch nicht ähm ich werde mir die Schuhe noch dazu holen und dann nochmal eins ja machen wir direkt zwei Rüstungen ähm den Tower zu verlieren fände ich gar nicht mal so bad jetzt sag ich mal für mein Spiel Stil ich meine klar für das Team und für allgemein ist es extrem schlecht sofort den ersten Tower vor allem Tower First Blood abzugeben und dann halt den ähm ersten Tower für Toplane zu verlieren gerade dann noch gegen Jace weil Jace wird dann ähm natürlich mehr auf den anderen Lanes sein und ganken ähm aber für mich als Nasus fände ich es schon mal gar nicht mal so verkehrt ähm aus den einfachen Gründen dass ich dann mehr Ruhe habe um zu farmen denn ähm da der Jace dann wahrscheinlich auf die anderen Maps gehen würde er auf die anderen Lanes gehen würde hätte ich dementsprechend Zeit zum Farmen alles klar alles klar das ist der neue Dammit fuck man das war der neue Säck mit seinem mit seinem zurückziehen da mit seinem Flabber mit seinem Flabberarm da war er jetzt nicht so geil ich hatte eigentlich gedacht ich kriege den noch kaputt aber deswegen habe ich auch direkt dem Ward da reingeschmissen dass ich sehen kann äh sehen kann wo der hin ist aber naja gut okay ich werde wahrscheinlich dann doch jetzt sofort den Tower verlieren sollte aber naja ich weiß nicht ob das so äh ich mein wegen Jace ist halt eigentlich eine ziemlich beschissene Situation aber im großen ganzen für mich persönlich ist es glaube ich ganz gut weil ich dann mehr Ruhe kriegt zum Farmen und wenn der Nasus Farm hat ist der Nasus übel ok aber ich brauche halt lange zum Farmen vor allem für die Stacks die meisten Nasus Gamer oder Nasus Spieler die ich so schon öfter mal gesehen habe die hätten jetzt schon weiß ich nicht wie viele Kills wo ist der? äh 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 are you kidding me? der kann doch nicht einfach wie ist der denn jetzt da hinten hingekommen? äh äh doch ok weil die geben ja mehr Stacks müssen vergraben na dann hat wieder nicht gereicht vom Damage her ich krieg Kinder ok 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 ach da war ich zu langsam hab ich nicht gerafft legt mich doch im Sack ein Verbündeter wurde getötet yo bro ah alles klar kurva du wurdest getötet wow da war gut gemacht von der Morgana ich habe eigentlich gedacht die hat ihr blinding nicht mehr gehabt ähm dass die sich aber dass die mich dann äh äh erst gefeindet hat wo ich in der Tower Agro war naja gut dann habe ich den Dings nicht gesehen wie viel Leben der ähm Sack hatte dann habe ich auch nicht gesehen ich habe auch nicht wirklich hingeguckt gehabt äh wo die Diana dann war ob die mir nur helfen kann oder nicht oder ob die weg ist ob die tot ist ich glaube die war schon tot weil ich sie schreien gehört hab aber da war jetzt schon wieder ein ziemliches Display da habe ich überhaupt nicht aufgepasst weil alles in allem haben die da gar nicht mehr so verkehrt gemacht den brauchen wir nicht chasen so ich will die jetzt erstmal hauptsächlich farmen äh Gold kriege ich ja trotzdem auch wenn ich nicht so gut bin mit den Stacks aber trotzdem brauche ich halt Gold wurde getötet das war so mein Fehler wo ich das erste Mal Nasus gezockt habe da habe ich immer nur versucht nur über die Queue zu fahren äh und hab dann im Endeffekt weil ich dann mit den Queues immer verkackt hatte äh auch keinen anderen Last Hit gemacht weil ich halt alles mit der Cube machen wollte oh fuck den habe ich nicht gesehen so fuck ich muss halt mehr große Viecher kriegen Kanonen Minion zum Beispiel ist doch nicht wahr Leckt mich doch am Arsch ey also so manchmal ne kriege ich einfach nur Krämpfe wenn ich das sehe dann ich irgendwo zwischen den Minions stehe und der dann automatisch einen Auto Attack macht ein Gegner wurde getötet ein Gegner wurde getötet ok da kann ich nichts mehr machen ein Gegner wurde getötet er will mich wahrscheinlich einfach nur rausziehen da lasse ich mich jetzt aber nicht drauf ein ein Gegner wurde getötet ich porte mich mal auf Botlane ein Verbündeter wurde getötet so mal ein paar Stacks abgreifen ich brauche auf jeden Fall mehr Abklingzeit damit ich die Queue schneller machen kann oder öfter hintereinander ich glaube da kommt jetzt wer ich habe nämlich die Dings gesehen ein Verbündeter wurde getötet diese Knospe ajo 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 ich meine mich richtet jetzt überhaupt nicht auf einfach nur wieder so eine richtig dumme entscheidung eigentlich ich habe gesehen die xaja war low das ganze team war irgendwo hier rum gestellt gewesen die diana ist sofort abgehauen weiß ich nicht genau wieso weshalb warum aber die sind sofort die xaja war halt mega low und ich alleine kann er erstes nicht so lange tanken und habe auch nicht wirklich so viel damit weil ich halt schon viele stacks verkackt den drake dazu contesten war einfach nur dumm weil ich hatte dann auch kein mana mehr gehabt und konnte mich absolut nicht entscheiden auf wenig gehen soll ein gegner wurde getötet auf wen von den gegnern ich mich stürzen sollte so die bringen gute stacks für mich jetzt ich meine nasus in der elo zu spielen ist so lala weil vor allem man muss ja immer zusehen dass man dann auch wirklich ins late game kommt dann ist ja nicht gerade oft der fall oder schon oft aber wendet der fall ist dann sind die games halt auch über eine stunde lang oder so knapp eine stunde ein verbündeter wurde getötet jetzt muss ich mal gucken ob ich hier eine gegnerische doppel mitte irgendwie was machen kann und ich da vielleicht was gedacht kriege oder so wahrscheinlich eher nicht aber die können mich halt easy diven alles klar war nicht mal mein kill aber ich sag mal so muss da auch nicht unbedingt mein kill sein oder mein kill werden wichtig war für mich da war ich mach die vier ja nicht one hit ich bin wahrscheinlich so wird von der schlechteste äh nasus spieler überhaupt jetzt habe ich kaum noch mana okay ich hatte jetzt erst gedacht ich muss auf den dings aufpassen auf den säcke war wenn er keine minions hat kann er mich auf jeden fall nicht zu sich heran ziehen ich sehe mich nicht ich habe überhaupt keine ahnung was es so schnell geht hat heftig ich habe gedacht das dauert viel länger bis man mal was er doch die die old viel länger brauchen sich zu kanalisieren ja ist klar ich habe ich habe kein mana aber da ging doch recht recht flott also den den selk habe ich ja bis jetzt noch nicht gespielt gehabt seit seinem kleinen rework sag ich mal okay ich würde mir jetzt gerne dings holen fähig und schienen das wüsste ich wohl noch das klingelt also hier triforce sich aufgeholt wird auf nasus hat ja auch sinn macht hola nice das war eine kombo so ich gehe jetzt auf toplane dagegen pushen da kann ich jetzt eventuell den tower holen ich will da trotzdem noch zusätzlich gucken dass ich die meine q hochgezogen krieg aber so langsam habe ich auch gut abklingt zeit ich glaube so langsam habe ich den bogen raus mit der q alles klar jungs hohe party leck mich hier penner alter übel den arsch gerettet heftig die hat mich so kaputt gemacht jetzt gerade weil ich bin halt noch nicht so der fighter also ich brauche auf jeden fall noch ein bisschen zeit vor allem ich denke mal ich müsste auf jeden fall gucken dass ich die da ist die margana hier wo 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 Nicht gut Nicht gut Okay, ich hab mal nur Ult jetzt gleich wieder Das ist aber nicht gut Nein, nein Nein Aber ich glaube, diese zusätzliche CC, dass der Dings jetzt mit der, dass der Zack mit der Q dich durch die Game werfen kann, ist schon extrem, extrem gut Also zweimal wurde ich jetzt von dem quasi so zurückgeschlagen, so oder zurückgezogen Und diese eine Sekunde, die macht schon was aus, finde ich Ja, aber da konnte ich mich jetzt gerade wieder nicht entscheiden Geht das Team wieder hier, wo die hier noch geboxt haben Habe ich mir erst gedacht, vor dem Weg, ich gehe zurück Dann habe ich meine HP gesehen Und hab gedacht, hm, nee, lass mal stecken, ich hau doch ab So, dann habe ich gesehen, meine Ult ist in drei Sekunden wieder ready Ich gehe doch wieder hin Und in der Zeit ist mein Team halt da unten so was von geplatzt Da das eigentlich eine dumme Entscheidung war Da wieder hinzugehen Ich gehe mir hier nochmal das Dings holen Beziehungsweise könnte mir jetzt in der Mitte die Wave Nehmen Und den Stack ab Den Stack Und den Stack Gehen wir in die Mitte Holen uns hier die Minions ab So Dann kann ich wieder auf Top Wave gehen So langsam gehen meine Stacks voran Oder werden die größer So Ich habe mal lieber jetzt direkt sofort die Ult gezündet Jetzt ist schlecht Ein Verbündeter wurde getötet Heftig Wieder mit diesem Scheiß zusammen klatschen da, ne Mit der Q Aber da habe ich jetzt zum Beispiel nicht mitgekriegt Weil ich mich übel auf meinen Farm konzentriert habe Die waren erst mein ganzes Team war alles hier und hier Und haben die zurückgestoßen Sondern dann auf einmal habe ich das erst wieder Habe ich erst wieder auf die Karte geguckt Wurde ja so hier rüber geflasht ist Und auf einmal waren alle vier von gegnerischen Team hier Bei mir Ich habe what the fuck was hier los Und die waren alle full life Dann ist so ein bisschen Krank jetzt Weil ich muss mich halt mega konzentrieren Um die Last jetzt hinzukriegen So kann ich mich dann schlecht auf die Map noch konzentrieren Und auf die Anderen Sachen Ach diese Manions Really Ich komme nicht ran Ich komme nicht ran Der kaltet mich jetzt Oh wow ey Bin ich geflasht Nur für den einen Kill Und da waren hier diese Minions Die haben mich übel geslowed Weil ich da mega dran hängen geblieben bin Aber ich frage mich warum Also mir kommt dort sonst immer vor Wenn ich gegen eine Nase spiele Dass die Range viel krasser ist Von dem Slow Oh Hat nicht geweicht Really Okay wollen die zum Baron Kann das sein Ein Gegner wurde getötet Ein Verbündeter wurde getötet Da weiß ich zum Beispiel auch nicht Wenn man Wards Mit der Queue last hittet Äh Bringt das ein Stack Naja die bereiten sich für den Baron vor Ja wir sind 4 gegen 4 Theoretisch könnte man dort eigentlich schon fighten Also ich hätte jetzt eigentlich reingehen können Und versuchen können aber Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit Ich weiß nicht Ich glaube die anderen trauen sich nicht so wirklich Und der Ach der Dings Ist glaube ich ein bisschen krasser als ich Noch tankiger Der Sek Und macht auch mehr Schaden So ich gehe jetzt erstmal wieder back Der hat diese Diese Gargoyle Rüstung Die wäre eigentlich für mich auch ganz gut Oh lol Ich kaufe jetzt einfach random Okay er ist da Der ist da Die sind da Okay Ähm Baron guys Der jungler ist down Einer war auf botlane Zwei Stück nur In der Mitte Ach äh Auf top lane Aber gut Die werden jetzt hier alles Alles voll gewordert haben Da ist natürlich schlecht Aber ich muss weiter farmen Ein Verbündeter wurde getötet Ey wie lange brauchen wir da zum Casten Da durch diese Meinen scheiß Boden da raushauen kann Oh lol Das war close ey Das war close Du hast einen gegen Wollo Oh lol Ey ich hab ihn noch gekriegt aber Die blobs die blobs Nice Okay so langsam war ich damage So langsam kommt der damage bei mir Ich muss äh Top lane gehen Und den win mal eben schreiben Ja So Wollen wir ein paar Stacks for free einstecken Wurde zerstört So 330 Stacks Das sollte jetzt eigentlich erstmal Relativ Nuss sein Und ein paar werde ich wahrscheinlich noch kriegen Aber da hatte ich mal so langsam äh Auch pushe Denn ähm So langsam wird's Ein bisschen kritisch mit den Gegnern Ein Gegner wurde getötet Okay Die gehen baron Wer hat den baron? Die? Ja Ein verbündeter wurde getötet Ah wow Da wurde ich gar nicht mehr reingehen Ein verbündeter wurde getötet Oh lol Okay Das ist jetzt nicht gut Das war nicht gut Oh Das war dumm Ich wollte mich tippen Der tippe wäre gut gewesen Aber nicht dahin Das war dumm Das war richtig dumm Das war so richtig stupid dumm Scheiße Ah Warum bin ich so dumm Ähm Jetzt wäre die Frage Hydra oder Dings Ich glaube diesmal gehe ich eher auf den Frosthammer Auf Protoball Wäre ja eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt Äh Wobei Er ist Hat doch dieselbe ne Naja Er hat die andere Äh Passive Äh Ich will den Frosthammer haben Weil wegen Äh Schaden Jede menge HP Und ähm Diese Versammlung Verlangsamungseffekt Ein verbündeter wurde getötet Ja jetzt habe ich mein tippe halt leider übelst gefällt Übelst gewastet Er ist eigentlich denke ich Oder der ist relativ wichtig jetzt für uns Ja jetzt habe ich mein tippe halt Ja den lasse ich jetzt mal Nein Nein Ach hallo Ah jetzt haben wir Weil die geben halt dicke Stacks Aber jetzt musste ich ja mal einer auf die Toplane Ah Den nochmal auch Oh die Stacks sind Langsam da Da kommt der Echo Okay Okay jetzt sind Da schon wieder alle am fighten Okay den haben wir Okay Okay Dann haben wir auch Oh Oh Neu Gib dem Gib dem Gib dem Gib dem Jawohl Okay Nice Holy shit Nice Also ich würde sagen wir haben uns übel zurückgekämpft Übel zurückgekämpft Ähm Ich mein Der Zag alter der spielt den aber auch verdammt gut ne Muss man so sagen Das mit der Ähm Mit der Ult und dann In der Kombination jetzt gerade mit der Morgana Ist richtig krass So Das war jetzt eine richtig geile Aktion Also ich fand den Zag ja früher schon geil So wie er Äh Vor seinem Rework war Ähm Ähm Aber wenn ich mir das so angucke Finde ich sieht das eigentlich richtig nice aus Was man so mit dem machen kann Playtechnisch Weil vorher der alte der konnte halt einfach nur reinspringen und durch die Gegend tropsen Na Ich mein gut Der hat halt ordentlich äh Verwirrung Ähm Erzeugen können So Und jetzt kann der halt richtig aktiv Teamfights komplett mitgestalten weil die Die alte Ulti war ja eher so ein bisschen random angehaucht Wo man die Gegner hingeschleudert hat So ich denke mal ich bin jetzt so langsam soweit Äh Dass ich mal so ein Tower auch ziemlich schnell one shoten kann Oder halt nicht one shoten aber ziemlich schnell runterhauen kann Ja das geht doch Oh Split Push Nasus ist am Start Ich weiß gar nicht bringt das was an den Towern Nein Ein Verbündeter wurde getötet Guck mal wie geil das ist Hat die mich da komplett so in Ruhe lassen Wie ich deren Base komplett auseinandernehme Ein Team hat einen Inhibitor zerstört Okay jetzt wird tricky Ein Gegner wurde getötet Kiten Laufen Kiten laufen Kiten Oh fuck Nice Nice So und jetzt kommt der zweite Streich Ich hau ab Jetzt hab ich zwar nicht mehr wirklich viel Mana Aber passt schon denke ich Na ja gut im Prinzip war der TP auch wieder kacke Weil ich hab viel zu wenig Mana Ich mein andersrum ich könnte jetzt auch nochmal zurückgehen Und nochmal Mana tanken und so Ich weiß gar nicht krieg ich über meine Old eigentlich auch wieder Mana Das weiß ich gerade gar nicht Alles klar jetzt kommt der dicke Block wieder Okay ich hau ab aber ich stell mal da mal ein Wort hin Wahrscheinlich wird das nicht Naja wird nicht reichen Den hat der Xing Da kann ich halt momentan nicht viel machen Ohne Mana aber ich hab jetzt den Forster mal Jetzt könnte ich die Potsdorfer verkaufen Und mir dafür dann Noch äh warte mal Na AP Schaden haben die nicht wirklich viel Ja gut den Echo noch Ich könnte mir jetzt noch Imschen holen Ein Gegner wurde getötet Aber Alt Stop Tränke Das will ich haben So aber ich denke mal Ich hab jetzt ganz gut das Game gedreht Indem ich da die Top Lane Komplett dann später Zerstört hab In einem durchgerusht hab Ähm Ein Verbündeter wurde getötet Und die dann wirklich mit drei Mann dann auch gekommen sind Aber ich weiß nicht wieso Die mich so lange ignoriert haben Wie kann man eine Nasus So lange ignorieren Und in der Mitte Äh Einzelnen Dudes Chasen Ohneu Ich hab gedacht ich bin nur irgendwo in der Mitte der Map Mein Verbündeter wurde getötet Doppeltötung Jawohl Nein Shit Ach da war unsere Äh da war die Gegnerin Schicksal ja noch Fuck die hab ich die ganze Zeit nicht gesehen Ah da wär jetzt sogar Naja ich sag mal Das wären noch zwei Qs gewesen Vielleicht drei Qs Wenn ich die drei Qs auf die Dudes drauf gekriegt hätte Wär ist sogar ein Panther gewesen Weil ich sag mal die hatten ja nicht mehr so viel Aber ich hab mich die ganze Zeit auch gewundert Warum ich mich nicht bewegen kann Ah ja Naja egal Im Prinzip ist es doch eine bessere Runde Nasus geworden Wie ich dachte Ich bin auf 500 Stacks gekommen 507 Stacks Das ist schon recht ordentlich Finde ich jetzt also für mich auf jeden Fall Ich mein das erste Mal wo ich Nasus gespielt hab Da hatte ich Meinetroch kam irgendwie 250 280 Stacks oder so Da wurde ich auch hart geflamed von wegen Wie kann man als Nasus ne so wenig Stacks haben In Minute 35 Oder war schon Minute Oder Ich glaub die hab ich schon geflamed in Minute 15 oder so Aber ich mein danach hab ich den auch nicht mehr Mein Nasus ist so ein Champ Da würde ich sagen Wenn ihr Bock auf Nasus habt Liebt den erst in dem Normal Ich mein ich mach's nicht Aber ich bin halt auch super heftig Äh Ich mag dieses 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 Gefühl Teilweise Wenn man nicht genau weiß Von wegen ob das was wird Was du hier machst Nein ich mag dieses Vor allem weil Ich sag mal gegen Bots Bin ich zum Beispiel Übel greedy Weil ich weiß halt dazu Bots Die können nix Oder die machen nix Na ich mein die Doom Bots Die sind halt anders Aber Die normalen Bots Kacke den hätte ich gerne auch gecute Ähm Und da bin ich halt gegen die Bots Halt mega greedy Und deswegen ist das für mich Mit üben nix Ich mein in dem Norm In den Normal Finde ich kann man am besten Üben Boah Ich bin's Leben weg Ach really Okay ich sehe mich nicht Also damit der Ult von dem Sekt finde ich extrem krass Weil man sich So kann man sich noch leichter Irgendwie verlieren In irgendwas Okay Wir haben gewonnen Naja Scheiß drauf Also ich sag mal so Meiner Meinung nach Ist es auf jeden Fall Wesentlich besser Wie ich gedacht hab Ich hab eher gedacht Von wegen Das wird jetzt auch nur So eine So eine So lala Runde Es geht Aber Naja Gut Es sind nicht Aber 10 7 13 241 Farm Ist eigentlich ganz okay So wir schauen uns mal Den Ist sogar ein A Stufe Ein A Scaling Gucken uns jetzt nochmal eben die Grafik an Die Grafik sagt Dass ich in meinem Team Dritter war Und allgemein war ich Ja ich bin sag mal allgemein Auf dem fünften Platz Vorm Damage her Ja Leute Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir gerne Eine Bewertung da Vielleicht machen wir auch So ein paar Item Bilder Oder Tipps zu Nasus Und ähm Ja danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal